Herzlich Willkommen zum neuen YouTube Video. Heute geht es um ein extrem wichtiges Thema. Position beziehen und zwar nicht nur im Business durch die Positionierung, durch die richtige Positionierung, sondern Position beziehen in allen Lebensbereichen. Was dir das bringt, nicht nur wenn du, nicht nur in deiner Selbstständigkeit oder in deinem Business, sondern in allen Lebensbereichen, wenn du ganz konsequent Position beziehst, also sei es in Beziehungen zu deiner Gesundheit, zu deiner Spiritualität, natürlich auch für welche Zielgruppe stehst du, welches Angebot machst du. Position beziehen ist ein Schlüssel für Glück und Erfolg im Leben. Da bin ich hundertprozentig sicher. Und in diesem Video werde ich dir erklären, warum das so ist, wie das genau geht, was du da achten musst und wie du eigentlich in allen Lebensbereichen durch Position beziehen zum Erfolg kommst. Ja, lasst uns gleich beginnen. Ihr wisst, ich bin Premium Business und Positionierungsexperte und habe seit 2017 natürlich insbesondere durch die Positionierung und durch unwiderstehliche Angebote den Markt erobert und das hat einfach für mich einen Unterschied gemacht. Ja, und ich habe einfach im Leben festgestellt, dass nicht nur im Business es extrem vorteilhaft ist, Position zu bestehen, also sich zu positionieren. Also sozusagen im Business bedeutet ja Position beziehen, dass man statt einem Bauchladen, also ich biete denen was an, ich biete denen was an, da auch noch und aus Angst, Unwissen, man lässt dieses ganze Ungeklärte, was eigentlich so die beste Option ist, was mir eigentlich am wichtigsten ist, wo ich die größten Chance habe, das lässt man unreflektiert einfach so stehen und mach mal diesmal jenes und dadurch kann man sein Potenzial einfach überhaupt nicht ausschöpfen, vergeudet seine Zeit, seine Energie, all das hat sehr zur Konsequenz, wenn man das so macht im Business. Ja, und deswegen sage ich ja allen, Mensch Meier, positioniere dich, also wenn du, Mensch Meier bedeutet, wenn du einfach nicht zufrieden bist mit deiner normalen Selbstständigkeit, ja dann mach es doch besser und definiere für dich einfach die Positionierung viel besser, viel vorteilhafter für dich, du kannst deine PS viel besser auf den Boden bringen und du bist dann glücklicher, erfüllter, hast mehr Geld, hast mehr Zeit, es hat ja nur Vorteile. So, jetzt kommen wir aber auf andere Lebensbereiche, also ich glaube einverstanden, also das ist im Business extrem wichtig. So, aber jetzt auch in anderen Themen, beispielsweise, fangen wir gleich an, mit Beziehungen. Ja, ich glaube, dass man sagen kann, ich meine, ich bin jetzt 31 Jahre mit der Yvonne zusammen, wir sind nächstes Jahr sogar 30 Jahre heiratet, ja. Und viele glauben ja, das ist einfach Glück. Nee, Glück ist es nicht. Das ist kein Glück. Und das hat viel damit zu tun, wirklich Position zu beziehen. Und was das jetzt bedeutet, das erkläre ich jetzt in Beziehungen. Also, zum Beispiel, ich habe die Übung kennengelernt durch Zufall, vorher hatte ich so Ängste, finde ich je die richtige und so weiter und so fort. So, und jetzt war dieses Zusammentreffen da, ja. So, und jetzt war das im Ausland, in Lichtenstein. Ich Deutsche, ich fahre wieder heim, meine Freunde aus Deutschland, die sagen natürlich, ah, das war ein Flirt. Ne, das wird nichts Dauerhaftes. Und, aber mein Gefühl hat gesagt, ne, 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 Jungs, das ist, ne, das ist meine Frau. Das ist meine Frau. Also, ich bin im Nachhinein extrem dankbar, dass ich dieses sichere Gefühl hatte. Jetzt, ich habe das ja nicht bewusst gemacht, das war jetzt einfach da, ja. Aber im Nachhinein bin ich natürlich extrem froh, dass ich da ganz klar, aufgrund dieses klaren Gefühls eindeutig Position bezogen habe. Na, jetzt hätte ich ja sagen können, ja, die, 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 die Scheidungsraten werden immer größer, ne, also ohne Ehevertrag haben wir jetzt hier gar nichts, äh, jetzt mal aber mal langsam hier, ne, also, ähm, und so weiter. So, aber, also, da sind wir schon auch Risiken eingegangen, wir haben, äh, früh geheiratet und das, sagen wir mal so, ähm, in dem Sinn braucht man halt so dieses, dieses, äh, wie soll ich mal sagen, das Glück des Tüchtigen irgendwie, dass sich das alles dann gut, gut fügt und, und, und eben beide gut mitmachen. Aber jetzt kommen wir natürlich, äh, zu ganz wichtigen Punkten. Also, ich habe ja damals mich ganz klar positioniert, das hat ja die Yvonne Gott sei Dank auch gemacht, sonst wäre sie nicht so gekommen, ähm, aber ich hätte ja ganz anders entscheiden können, ne, ich hätte ja eben dem Rat, äh, meiner Mutter, von den Freunden und so, äh, nachgehen können. Habe ich aber nicht gemacht. Gott sei Dank nicht, ne, sondern klar positionenbezogen. So, jetzt, ähm, später, ja, wenn dann eben Dinge sich auftun, die geklärt werden müssen, weil in 31 Jahren, da, da musst du dich immer wieder neu erfinden, ne, es ist, es ist ja im Leben so, dass dauernd irgendwelche Herausforderungen, es ändern sich Dinge, da kommen Kinder, da, da verändern sich berufliche Sachen, ja, gang in die Selbstständigkeit, die Kinder, Hausbau, also, mein, Raum für Konflikte und, 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 und für neue Entwicklungen und so weiter, äh, gibt's da genügend, da, Persönlichkeitsentwicklung setzt ein und so weiter und so weiter und so weiter. Also, da gibt's alle möglichen Risiken, die sich auftun können, ja. Ja, und da ist es auch wichtig, dass man natürlich Position bezieht. Jetzt, was heißt es? Ich meine, als Paar ist, glaube ich, ganz wichtig, äh, dass man, dass man so eine, ähm, Gesprächskultur hat, ja, wo, also, es darf keine, äh, Ausblendungen geben, also, dass man halt über bestimmte Dinge dann einfach nicht spricht, ne, weil das, das wird über Dauer nicht funktionieren, ja, also, das, so. Oh, auf der anderen Seite, äh, ist es so, also, man sollte Dinge, die auch geklärt werden müssen, klären, aber das auf eine Weise tun, wo man nicht mit einem faulen Kompromiss leben muss, ja, sondern, also, das ist zumindest meine Einstellung, sondern, das sollte natürlich so sein, dass man da zusammenkommt, und, 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 äh, was zusammen heißt, ja, das ist nicht so einfach, also, es braucht einen Mechanismus, ne, wo beide wollen, ne, und, 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 und mal so, mal so, aber kein faulen Kompromiss, das geht eben nicht. Und wo man hoffentlich zu wichtigen Punkten zusammenfindet, ja, das, das, das ist also ganz wichtig und dass man dann nicht nur zusammenfindet und einer ist unglücklich und die andere Person ist ein bisschen glücklicher oder beide sind unglücklich und man findet halt irgendwie, so gezwungenerweise, das, das reicht ja nicht, das reicht ja überhaupt nicht, sondern ich stelle mir so eine Beziehung vor, dass man eben das komplette Potenzial leben kann und, 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 und halt absolut glücklich ist und, ähm, diese Gesprächskultur, um derartig da zusammenzufinden, das braucht sehr viel Mut und auch Positionierung, da muss man Position beziehen, ja, und da muss man eben, äh, aussprechen, was brauche ich, ähm, was wünsche ich mir, was brauche ich eben, äh, und, ähm, und, und da muss man ehrlich sein, ja, ähm, da muss man ehrlich sein, muss, äh, aufeinander eingehen und darf keine zu großen Kompromisse machen, Kompromisse sind nicht gut, ja, sondern es muss passen, ja, und, klar, auch dann schon, auch, Glück würde ich es nicht nennen, aber so die Bereitschaft, ja, ohne, dass einer da mit einem vollen Kompromiss weggeht, dass halt alle zufrieden sind, ja, und zwar voll zufrieden sind und, ähm, äh, und das mutig und offen und ehrlich und, ähm, das haben wir gemacht, ja, das ist manchmal nicht so, dass man dann, wenn man da Position bezieht, gleich, äh, die Antwort bekommt, ey, super, genau so machen wir es, ne, das wünscht man sich, ja, ja, aber das ist dann in der Praxis halt dann auch nicht immer so, ja, aber man kann sagen, durch dieses Position beziehen ist die einzige Chance über so einen langen Zeitraum, ähm, keine vollen Kompromisse, keine mittelmäßigen Schlechtbeziehungen zu haben, sondern eine Top-Beziehung, ja, das würde ich so sagen. Ähm, Gesundheit, ja, 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 du spürst, äh, falsche Entwicklungen und, du musst nichts dagegen, das ist nicht Position beziehen, ähm, da geht es natürlich auch drum, dass man, dass du gegenüber dir, äh, selber Position beziehst und sagst, hey, äh, was braucht jetzt mein Körper, ähm, was mache ich da nicht richtig, äh, jetzt muss ich mich da aber drum kümmern, ja, ja, und das Einzige, was du dir nicht kaufen kannst, ist am Ende Zeit und Gesundheit, ja, also, deswegen da für sich selber Position beziehen ist ein sehr wichtiger Punkt. Jetzt kommen wir zum weiteren Punkt, Spiritualität, äh, wegen was bin ich da, was ist meine Berufung, auch da muss man Position beziehen, wer bin ich, ja, ähm, welche Rahmenbedingungen brauche ich denn eigentlich, um mein Potenzial ausschöpfen zu können, was bin ich für ein Mensch und was brauche ich für Rahmenbedingungen und jetzt, äh, akzeptiere ich, dass das alles, äh, eigentlich für mich völlig falsch ist, ähm, ähm, ja, ähm, oder, ähm, ich, ich, ich verändere das, so wie ich das halt brauche, äh, da gilt es allerdings Position zu beziehen und jetzt kann man so entscheiden oder so entscheiden, ne, das ist Position beziehen und das ist extrem wichtig, dass man, ich denke, es ist, man kann nicht sagen, dass es richtig ist, so oder so zu entscheiden, aber, egal in welchem Thema, aber, äh, es ist wichtig, Position zu beziehen und, und, und das, die Wahl bewusst zu machen, ja, und dann einfach auch, du musst mit einem, mit einem guten Gefühl weggehen, ja, das ist okay für dich, so ist, ja, und, ähm, das heißt eben Position beziehen und, ähm, 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 das, das bringt uns jetzt natürlich zu der Erkenntnis, dass Position beziehen, wir können jetzt noch mehr Themen besprechen, in allen Lebensbereichen, absolut zentral ist. Immer wenn du es vermeidest, Position, klar Position zu beziehen, ja, dass das stimmig für dich ist, handelst du dir Probleme im Leben ein, große Probleme auf Dauer sogar. Deswegen ist immer richtig, da reflektiert, die richtige, äh, Entscheidung, ähm, zu fällen und, und, und einfach schlichtweg die richtige Position zu beziehen und das solltest du eben machen. Ja, also Positionierung mal komplett anders gedacht oder weiter gedacht, ich hoffe, dir hat es gefallen, sag mir deine Meinung unterhalb vom Video, ähm, abonniere den Kanal, damit du nichts mehr verpasst, regelmäßig gibt es hier, äh, neue gute Videos und, äh, ich hoffe, dass wir uns schon bald wiedersehen, zum Beispiel bei der Live-Show jede Woche, ähm, mit Uhr ab 18 Uhr, du findest unterhalb vom Video einen Link, da findest du immer das Datum von der nächsten Live-Sendung, äh, und ich wünsche dir, dass du Position beziehst. Du bist die wichtigste Person in deinem Leben und, ja, da kann eigentlich nichts schieflaufen. Viel Erfolg und bis bald, dein Christian. Du bist die wichtigste Person in deinem Leben und, ja, da kann eigentlich nichts schieflaufen.